Moin Leute, was geht ab? Ich bin Zelda200Gaming und heute zeige ich euch mal, wie ihr ohne Hoverboard auf einen Zug kommen könnt. Dafür müsst ihr warten, bis eine Schranke kommt, wo ihr drüber springen könnt. So, da müssen wir jetzt warten. Oh, da ist eine. Ihr rollt euch darauf ab und springt. So, nochmal. Ihr rollt darauf und springt in die Luft. So springt ihr viel höher. Habt ihr es verstanden? Probiert es unbedingt aus. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald. Ciao. Ciao.